Aber jetzt kommen wir gleich noch zu einem Film und daraus kann man vielleicht das sehen, aber unser Prinzip, welches Leben passen kann, hier aber noch machen. Passt nicht. Nein. Danke. Man muss nicht alles geschnitten sein. Das ist eine sehr beeindruckende Arbeit, die Interkultur macht, nicht nur was den kulturellen Beitrag angeht und die Möglichkeit, dass sich Chöre miteinander messen, sondern eben auch für die Frage der Verständigung. Die Diplomatie der Menschen ist wichtiger als manches politisches Gespräch und das ist mit Interkultur garantiert. Ich glaube, dass Interkultur eine großartige Plattform bietet, Menschen zusammenzuführen, die ansonsten über Grenzen, aber auch politische, ideologische, religiöse Auseinandersetzungen nicht hinwegkommen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und Helmut Schmidt hat das einmal formuliert, es ist besser, 100 Stunden miteinander zu reden, als auch nur eine einzige Minute aufeinander zu schießen. Und Interkultur macht eine Arbeit genau in diesem Sinne der Diplomatie der Menschen. Und ich wünsche mir sehr, dass die vielen erfolgreichen Projekte der Vergangenheit auch in die Zukunft übertragen werden können und wir noch viele gemeinsame Aktivitäten erleben können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.